Wie sieht es aus als Verkäufer bei H&M und andere zu arbeiten? Man sollte diese Arbeit meiden. Ich meine, die Fitna ist offensichtlich in solchen Läden. Musik, Frauen, manche schaffen es ja nicht mal zu den Umkleidekabinen, sie ziehen sich vorher schon um auf den Gängen und so weiter und so fort. Möge Allah uns bewachen. Ein Muslim sollte eine andere Arbeit machen. Wallahu ta'ala A'la wa A'la. Ja, des sicherer, el-Azhabi, Seben nicht mit feedback, Ja, des sicherer, el-Azhabi, Seben nicht mit feedback, Seben nicht mit connect. Und so veruter, Seben nicht mit einen Erfolg. Amen.